Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World. Ja, Weihnachten ist rum und wir sind jetzt immer noch quasi auf unserer Questreihe. Allerdings musste ich euch in einer kleinen Hinsicht enttäuschen. Ich bin ja, wie ich im Vorfeld gesagt habe, im Urlaub gewesen und ich muss zu unserem Leidwesen gestehen, die Event Quest ist weg. Wir können also das Mega Man Set mit diesem Charakter hier nicht mehr zusammenkriegen, was ein bisschen schade ist, weil uns ja nur noch der Mega Buster gefehlt hat. Wie wir sehen können, über die Anmeldung hinweg, 29.12. Also heute explizit aufgenommen. Ja, schade. Das bedeutet, wir würden uns jetzt der regulären Quest wieder annehmen. Ich werde mal eben ganz kurz gucken, welche wir machen. Wir nehmen heftige Jagd auf jeden Fall. Muss mal eben kurz schauen, ob wir das hier noch auffüllen können. Das geht. Dann speichere ich das auch unter heftige Jagd nochmal ab. Nimm alles mögliche dabei an Pulvern. Ich glaube aber, ich nehme nochmal Mega Panzerhaut mit. Einfach nur, weil sie stark ist, weil sie länger anhält und so weiter und so fort. Und was wir nochmal eben ganz kurz gucken können, ist, wie es um Rüstungsteile steht. So, Ausrüstung schmieden, Rüstung selber. Und wir hatten zuletzt Ologaron-Rüstung gebastelt. Wollen wir nicht. Das hätte ich gerne noch gehabt, aber den Edelstein, den konnten wir bisher nicht ergattern. Müsste man quasi noch eine Ologaron-Quest machen. Was wir jetzt auch haben, sind Todesgestank-Sachen. Die alle mit dem Wal-Hasag zusammenhängen. Das hier ist im Übrigen so seine Gruft, die Rüstung. Wenn wir das mal so anlegen. Der Alpha und in der Beta-Variante. Den Kursala, den hatten wir ja auch gemacht gehabt. Das wäre die eine Variante, die Alpha. Und das wäre die Beta-Variante. Können natürlich auch mit Kaiser-Rüstung rumrennen, wenn wir den... Also die Theostra-Rüstung uns holen würden. Drachenkönig. Oh, mit Augenklappe. Und hierfür hätten wir beispielsweise auch die kompletten Winterstern-Tickets. Die können wir auch in dem Sinne noch einlösen. Oder aber wir holen uns einfach das Set dafür, welches uns Punkte kostet. Und dann einfach nur danach aussieht. Wo wir halt normale Rüstung tragen, wie sie aber aussehen machen lassen können. Wie die Weihnachtsrüstung. Da bin ich immer ein bisschen unschlüssig, weil... Eigentlich ist es besser, eine richtige Rüstung zu tragen. Im Gegensatz dazu, sich eine zu machen, die so aussieht. Also, äh, Partnerin, gehst du wirklich zu dem Ort, den der Admiral erwähnt hatte? Wo sich all die Energie angesammelt hat? Ich werde nicht versuchen, dich aufzuhalten, aber... Mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas schief gehen wird. Und wenn mein Bauch sich meldet, weiß ich, dass ich zuhören muss. Ja, du bist auch nur im Futter. Klar musst du zuhören. Hm. Ihr Bauchgefühl sagt, dass da was Schlimmes passieren wird. Das ist natürlich nicht so gut. Ausrüstung verbessern. Da fehlen uns noch drei Hartknochen für. Und dann würden wir recht stark nochmal... ...in den blauen Bereich gehen. Monster Hartknochen kriegen wir definitiv vom Ologaron. Ologaron hätten wir auch gerne mehr Rüstungsteile. Ich guck mal nach, wie das um... ...Untersuchungen steht. Da müssten wir eventuell nochmal unten schauen. Weil wenn, dann müsste es ein Ologaron hochrangig sein. Optionale Quests haben wir auch noch mehr als genug. Ja. Zornes Clown aus Eis. Hm. Du-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Nein, 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 nein. Dann müssen wir nochmal eben in den Handelshof. Weihnachtsschwein. Komm mal her. Noch mal wieder normal rum. Weihnachten ist rum. Okay. Mal eben kurz schauen. Beutezug verfügbar. Da haben wir aber noch welche drinnen. Untersuchungen. Wir haben jetzt so viele Ologaron. Das wäre definitiv eine machbare Sache. Und die würde ich vor der nächsten Quest ganz gerne vorziehen. So. Untersuchungen. Erjager in Ologaron. Zeitlimit 30 Minuten. Das ist in Ordnung. Down gehen darf man zweimal. Ich denke, das schaffen wir weniger malen. Und da ich guter Dinge bin, dass wir das packen. Habe ich natürlich auch noch ein Glücksticket benutzt. Und somit brechen wir auf. Ab in die Quest. Schleuderfackel mal eben kurz an die Kiste. Die beiden Sachen nehmen wir natürlich mit. Und go. So. Was ich ganz gerne noch machen möchte. Bevor wir ihn angehen. Mega Panzer. Da ist er. Da brüllt er nochmal. Ich habe extra gerade den Schild gehoben gehabt, weil man das Brüllen sozusagen unterbrechen kann mit dem Schild. Was ist denn da oben zu trompeten? Ach Mist, das hat nicht mal mehr gereicht, um das Schild voll zu kriegen. Und dieser Sack. Ah! Du musst es aufbauen. Oh! 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 So, jetzt komm mal her, hier. So. Na, was jetzt? Oh, ich dachte, oh, da. Hm, wir sind halb down. So, eben eine Kleinigkeit, drücken. Nope, das lassen wir nicht mit uns machen. Nein und nein und nochmal nein. Hier, kriegst du auf die Fresse. Oh, du Penner. So. Komm her, gut so. Oh, in der Aktion. Komm schon. Ah, ist er wieder weg. Oh, oh. Blöd. Jetzt, guck mal her, hier. Mit dir klebe ich eine. Oh. Nein, oh, voll da reingejumpt. Wow. Wow. Junge, 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 junge. Das habe ich mir ein bisschen einfacher gegen ihn vorgestellt. Aber jetzt, komm her. Schweine, backe, du. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hau da ab, wa? Da hab ich ordentlich Schiss gemacht. So. Ich weiß es nicht genau, aber ich sag jetzt, weil der dürfte ja nicht mehr so lange dauern, ne? Eine Kleinigkeit trinken unterwegs. Ja, ja, jetzt habt ihr ein großes Maul, oder was? Ich hab schon halb angeschlagen gewesen, ist. So. Warte mal. Den kurz aufladen. Da ist er. Unser Zielfernrohr zeigt es uns. So, dann komm mal wieder her. Alter. Fängt da gleich mit so'n Shit an. Oh. Ich. Hab blocken gedrückt. Geh mal eben her. Danke. Schon wieder. Ich war wohl noch in der Haltung. Oh, das ist schön. Hier, komm her. Ordentlich draufhauen. Und. Babam. Bam. Und. Zack. Da guckst du dumm, ne? Teile gebrochen ohne Ende, die Schweine. Haha. So, jetzt kommt der auch noch ab. Mist. Ich sag doch mal. Ich will weg. Ich sagte, der kommt auch noch ab. Nein, ich war doch gerade in der Ausführung. Ich muss weit. Du Arsch. Ah. Ah. So, schnuppa. Ist mir alles scheißegal. So. Oh. Oh, er hält sich vor da, wa? Mist. Ich muss er sich auch noch ein. Boah. Aber schnell reagiert der Freund, der... Oh, die gibt's. Gedöns. Mist. Schön daneben gehauen. Nein. Oh, komm schon. Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Schleiderfackel. Wofür rumzuspucken? Ich will nur den Kram haben. So. Du verzieh dich. Ja, schon. Also, wieder ab nach unten, wa? Ja, wo bist du denn? Da wird sie ja. So, er für wie. Gefunden. Oh. Hey. Ich wollte gar nicht hinjumpen. Den, 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 den. Oh, ich hätte mal eben schmieden sollen. Schnitzen. Oh, da kamen wir gerade noch so mit weg. So. Nein. Oh. Boah. Nein. Zu früh. Hey. So, jetzt kommt er ab. Geht mal eben aus dem Weg. Sag ich ja. Oh, der ist noch weiter drauf. Nein. Soll ich in Ausführung stören. So, jetzt gibt's hier dann. Oh, ich rambe zamba. Oh. Auf die Fresse. Oh. Da flog er. Oh. Ich würde gerne mal eben dein Kram hier einsammeln. Oh. Ist ein paar Sachen verloren und... Brauch die mal hin. Haus mich echt mit deinem Stummelchen. Spielst du? Und was mich mal interessieren würde, da haben wir da zufälligerweise was mitgenommen. Nope. Ähm. Müssen wir hier nochmal eben stehen. Oh, oh. Das wär's jetzt gewesen, wären wir damit durchgekommen. Jetzt aber nochmal. Haha. Geil. Ja, komm doch. Geflogen. So, jetzt gibt's auf die Fresse. So. Jetzt gibt's auf die Fresse. Oh. Hm. Okay, er liegt schon wieder. Gar kein Problem. Okay. Ah. 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 ok lassen wir mal gehen eben kurz einsammeln der wird sich jetzt zurückziehen und zwar zu seinem schlaf plätzchen neue steche hat sie mitgenommen ja aber ernsthaft was wollt ihr denn jetzt damit werden wir nicht viel werden ich hatte vor kleiner trank reicht so da liegt er kurz schnitzen auflagen und wieder weg stecken dann ordentlich ein drauf was willst du jetzt noch machen nix so dann hoffe ich mal dass die ausbeute gut ist dass wir schön monster knochen bekommen monster hart knochen können wir viele gebrauchen oder gar ein schuppe noch eine schuppe und noch eine schuppe es gab schuppen mehr sein können die forschung bis zum vorangetrieben und wir auch noch mal machen hm noch ein relikt aufwärtige knochen und knochen und ein bisschen nehmen wir noch mal mit kröten kicken lassen wir mal und das war die quest jetzt erstmal so und hart knochen haben wir gut bekommen ist doch super genau das was wir wollten oh was da haben wir eine platte edelstein war natürlich nicht schlecht also platte haben wir sogar zweimal bekommen fortschrittliche rüstkugel aber macht ja nichts wir wollen ja nicht zugierig sein es ginge in diesem falle darum dass wir noch mal wieder unser schwert aufwerten ich habe mir gedacht eine längere zeit im blauen bereich ist natürlich besser so ab nach oben jetzt können wir beispielsweise auch beinschienen weitermachen aber erst mal die wache waffe ist erstmal wichtig und wichtig so die hat dann in diesem bereich high level wie wir hier sehen können noch höher geht es hier gerade nicht seltenheit 6 das ist natürlich super wir haben den effektivsten schaden und die beste schärfe mehr muss ich dazu jetzt nicht sagen dann schauen wir nochmal eben bei ausrüstung schmieden wie sieht es denn um das ologaronset aus jetzt haben wir wieder sachen aufgebraucht die wir hätten haben also nutzen müssen drei monster hart knochen so wie vorher ehren uns wieder aber finde ich ist jetzt nicht so unbedingt das problem das mit dem edelstein ich glaube der ist ein bisschen schwieriger zu kriegen außer natürlich wir haben irgendwas womit wir uns einen machen können das überprüfen wir nochmal eben so objekte einschmelzen wir wollen gucken ologaron edelstein könnten wir uns machen mit dem goldenen wiferaianer druck damit ihr mal seht wie es funktioniert machen wir da jetzt gar kein problem draus sondern werden den hier mit einschmelzen und haben damit unseren ologaron edelstein bekommen das bemächtigt uns endlich diesen rock hier los zu werden und wieder ein ologaron teil zu bekommen so ausrüstung schmieden rüstung gibt mir ologaron gedöns andersrum ging es schneller so und jetzt können wir dies hier basteln das mache ich auch glatt das machen wir da haben wir es anlegen und wir haben wieder einen weiteren schutz hier jetzt will ich mal ganz kurz gucken wie das aussieht mit verbessern eben sortieren nach ausgerüstet können wir sogar verbessern ist erst stufe 1 tja 20.000 werden da reingebuttert ab dafür ab auf stufe 8 jetzt gucken wir nochmal eben wegen den dekorationen was hatten wir in dem letzten rock da angriffsjuwel hatten wir drin gehabt angriffsboost das entfernen wir dort nahtjuwel wertschutz gegen blutung ja toll kraftjuwel miausterjuwel krisenjuwel würde ich auch mit einsetzen und in unserem schläger haben wir auch gerade nichts da nehme ich tatsächlich nochmal wieder ein kraftjuwel ja komm das hier nehmen wir jetzt haben wir alles ausgerüstet ich würde ganz gerne nochmal eben gucken wegen unserem talisman dazu fehlt uns fusium erz ich möchte mir ganz kurz gucken ausrüstung verbessern fusium erz brauchen wir viermal so das kann weg das füllen wir auf den kriegen wir auch gerade nicht mehr voll dazu muss ich mal eben kurz in die herstellungsliste machen wir zehn stück so wieder alle voll das ist gut dann machen wir nochmal eben eine kleine expedition fusium erz bekommen wir in der heimat der ältesten entsprechend möchte ich da auch ganz gerne nochmal kurz hin weil das sind viermal fusium erz welches wir benötigen benötigen und meines erachtens nach ist das recht schnell eingesammelt wenn denn das glück und sollt ist dann möchte ich das ganz gerne mit euch nochmal eben in angriff nehmen wir brauchen nichts zusätzliches wir nehmen uns noch mal krautmüll kraut immer wichtig ausdauer insektenlarven ist auch nicht schlecht brauchen wir nicht so viel jetzt oder nicht so schnell um das tanikerin oder sowas will mit dir reden genau oh jetzt habe ich es einfach weggeklickt entschuldigung genug hände warte assistenten werden würdest wenn du einheimische wesen fängst kannst du sie in deinem raum freilassen und beobachten ich könnte dazu nein sagen aber antworte noch nicht denke darüber nach und komme dann wieder zu mir ich verspreche dass ein kleinzeug wird dir nur freude bereiten ok es geht hier nur darum dass wir halt hier viecher fangen können und die dann in unserem raum unterbringen können was ist das alte fußspur von einer ahnung nehmen wir einfach mal alle mit die wir kriegen können unterwegs so bist erz und da können wir fusion erz rausschlagen wenn wir glück haben oder eben was anderes feuerzellen stein ist auch nicht schlecht dahin dieser herz ok so eins haben wir ok kaltgetränk ich wähle es schon mal aus weil wir wissen gibt es hier höhlen mit erhitzung und entsprechend trinken wir mal eben ein weil wir gerade auf dem weg zu einer sind zu aller not finden wir ja hier die utensilien um neue zu machen die monji wir sind gar nicht da wir wollen nichts von ihm bin ich zur bundes nichts drin meine fresse dämonio das saudert was ist der nächste aber alles cool war ich dämonio fußspuren nehmen wir mit wie auch noch mal eben ich meine wir schon dabei sind hier gerade rumfliegen hast du das ist auch vom dämonio so dann haben wir damit schon mal wieder stufen erhöht eine spur brauchen wir noch eben genau und sagt auch erhöht alles für die forschung und ist für den dackel aus für den club ein leben für den hut da vorne haben wir wieder ärzte interessanterweise ist hier nicht offen was zum azur narata los das habe ich nicht mitgezählt okay ich glaube eins brauchen wir noch was zu ja summer verfolge uns nicht nur stalker liet und immer besseres entsteigen oben müsste noch erzahlen zumal ist er uns jetzt nachgekommen oder warum fängt die mucke wieder an ist hier oben nichts okay dann gehen wir runter und hier irgendwo am rande aber hier haben wir noch mal dämonio spuren nehmen wir noch mal vielleicht haben wir jetzt auch schon genügend fusium erz müssen wir gucken leckbeutel ne dreimal wir brauchen viermal kann man natürlich beigehen und die route noch mal wieder wiederholen nach hoffnung dass das erz schon nachgewachsen ist ich weiß mal nicht wie man den vorgang sonst nennt nachgewachsen ist glaube ich nicht das richtige wort nachoxidiert weiß nicht aber auf jeden fall ist es noch nicht so weit auch wohl noch eine minute und eigentlich hätten wir wenn wir in die höhle von dem teostra runter gekonnt hätten dort noch ein blaues erz gefunden ich meine hier oben ist keins kann mich täuschen aber ich bin mir ziemlich ziemlich sicher ich diese route nicht nur hier schon gemacht habe da haben wir aber wieder ernst da kommt schon einmal noch ja da haben wir es unser fusium erz ist voll ich nehme den hier trotzdem noch mal vorsichtshaber mit gut und damit können wir wieder zurück nach astera gehen direkt zur schmiede ja ja der pallico hat auch noch mal was gefunden siehst du hätten wir gar nicht so viel sammeln müssen außer er hat das jetzt auch aus den letzten beiden geholt so dann können wir nämlich noch mal kurz unseren talisman verbessern und damit ist das auch geschehen so dann finde ich waren wir in dieser folge definitiv sehr produktiv und was hast du denn das rote und das blaue team ja ja und dazu in den randhaus gesehen haben also wie gesagt wir haben jetzt hier auf jeden fall alles soweit erledigt was wir erledigen wollten wir haben uns ein neues rüstungsteil gebastelt ich meine ja wir könnten jetzt noch ein ordo garon jagen um weitere monster hart knochen zu bekommen um ordo garon gibt es die halt am einfachsten ähm habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor ich würde jetzt lieber beigehen und ähm ja unseren bestand hier soweit in ordnung bringen dass wir quasi direkt loslegen können und dann werden wir in der nächsten folge der ort der bündelung annehmen danke fürs zusehen bis zum nächsten mal bei monster hunter world ciao bis zum nächsten mal bei danger bei geht Untertitelung des ZDF für funk, 2017